Cracks, a mysterious love. Novum ist ein Engel. Er muss Cho vor ihrem Abgrund retten. Aber sie ist anders. Sie kann ihn sehen. In der Zwischenwelt findet er den Schlüssel zur Liebe. Aber kann er ein Engel bleiben? In vier verschiedenen Welten, beherrscht von Macht, muss er um ihre Liebe kämpfen. Aber wie weit würdest du gehen für die Liebe? Jetzt nur bei Amazon Kindle.